Ihr habt alle gar keinen Plan von Rap, Titus gilt euch nacheinander weg Ihr seid lost und das wisst ihr doch selber bei Titus, da staunen die Kiddies vom Rechner Ihr habt alle gar keinen Plan von Rap, Titus gilt euch nacheinander weg Ihr seid lost und das wisst ihr doch selber bei Titus, da staunen die Kiddies vom Rechner Boah, ich bin wie Hummer Simpson, dauerhaft am Saufen Ja, die 100 Euro Preisgeld kann ich daher gut gebrauchen Schreibe 10 Minuten lang, dann dreh ich mir einen Blatt Konzentrier nicht meine Stärke, meine Stärke ist mein Schwanz 27.000 Gramm schleif ich meinen Weg entlang So als wäre ich ein fucking Elefant, Bro Titus, dieser Alpha mit dem Zweck reim Tourette Der Mond ist kein Planet und ein Speckstein nicht fett Reich ne Treurunde ein, für diese Wolfsjungen reicht's Lion, was da los, ey yo, soll das so sein? Royal Punchline Battle Marketing, deshalb bin ich dabei Turniergewinnerhook, ja, boy, so muss das sein Ich bin ehrlich oft besoffen, so als wär ich David Teseloff Demos enden erst, wenn ich mich aus dem Kessel boxst Mir ist alles so egal, die Regeln der Gesellschaft Rap wurde eine Hure, die alles für das Geld macht Ihr seid abgefuckte Loser, die uns leider unterliegen Tut mir auch ein bisschen leid, ach hätt man euch doch abgetrieben Eure Leistung setzen sechs, jetzt werden Wack MCs zerfetzt Der legendäre Typ kommt mit Double zu dem Glass Wir sind ja eigentlich sozial und sogar Katzen von den Bäumen Doch wenn die Quali online kommt, dann zerplatzen eure Träume Als wären sie ein aufgeblähter Wal Checkt mal diese Hook, dieser Flow ist nicht normal, ah Ihr habt alle gar keinen Plan von Rap Titus gilt euch nacheinander Ihr seid lost und das wisst ihr doch selber Bei Titus, da staunen die Kiddies vom Rechner An alle, die hier dachten, diese Sache wird ein Spaß Tja, von wegen Leute, denn ihr habt jetzt das Glück, das am Hals Ihr kommt an mit geklauten Lines, nur sind die wack Die verstoßen lediglich gegen das Urheberrecht Ich bin 100% Mann wie meine Zuschauerbilanz Außerdem habe ich einen super großen Bauch Ey, auf 10 Minuten Arbeit kann man sich für diese Scheiße machen Mann, ich bin Atheis, was wollt ihr mit dem Heiligabend? Nein, ich bin Atheis